Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir knapp unter der 23.000 US-Dollar-Marke. Gestern gab es kein Video, weil einfach nicht wirklich viel passiert ist. Im Endeffekt hatte das vom Montag noch Bestand. Wir sind durch den Piwe drüber, haben es aber dann nicht mehr geschafft oder die nötige Kraft dazu gehabt, in Richtung 27.000 US-Dollar zu gehen. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns auf jeden Fall heute im heutigen Video anschauen. Ansonsten ist mir gestern aufgefallen, ich habe es gestern schon in der Telegram-Gruppe gepostet. Ein Jahr besteht jetzt dieser Kanal. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei euch allen da draußen. Liebe geht an euch raus, die mich jeden Tag hier unterstützen, jeden Tag die Videos angucken, kommentieren, liken etc. Ich werde auf jeden Fall diese oder nächste Woche noch ein fettes Gewinnspiel raushauen für alle, die Bock haben. Also mehr als bedanken kann ich mich nicht bei euch. Ein Jahr Unterstützung und so. Wir haben bei null angefangen und jetzt sind wir über 1850 Abos auf YouTube mittlerweile. Ziel war eigentlich 2000, aber gut, man soll sich nicht beklagen. Ganz ehrlich, das schaffen wir jetzt auch noch. Ansonsten vielen, vielen Dank auf jeden Fall. euch alle. Deswegen auch heute Abend 19 Uhr. Auf jeden Fall Livestream werden wir noch mal alles besprechen. Wer Bock hat, heute Abend gerne um 19 Uhr einschalten, wo wir dann noch näher auf eure Altcoin-Wünsche eingehen. Ansonsten noch eine Kleinigkeit. Ich werde morgen früh ganz normal BTC Ethereum-Update rausgeben und gegen Mittag, Nachmittag gibt es da noch ein exklusives Altcoin-Video einfach für euch, weil jetzt einfach die Wünsche doch ein wenig Überhand genommen haben. Deswegen will ich mich da ein bisschen mehr darauf konzentrieren und jetzt nicht einfach hier 10 Sekunden Polkadot oder sonst was analysieren, sondern wir schauen dann morgen in dem Altcoin-Video einfach nochmal komplett nach, was sind eure Wünsche gewesen, was könnte da jetzt passieren etc. pp. Da will ich einfach ein ausführlicheres Video machen. Genau. So viel dazu. Wie gesagt, wir starten jetzt sofort durch. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. So, jetzt aber. Momentan knapp unter 23.000 US-Dollar. Ihr seht hier, den Monats-Pivot haben wir durchbrochen, beziehungsweise diese grüne Zone. Dann ist uns langsam aber sicher, sag ich mal, die Luft ein bisschen ausgegangen. Wir schauen mal hier ganz kurz auf den Daily. Wir hatten einen Daily Close da drüber, sogar zwei Daily Closes über den Pivot und jetzt sind wir schon wieder drunter. Wir hatten auch eine schöne Abverkaufskerze, wenn wir das so sehen. Volumen hat eigentlich perfekt für so einen Breakout gepasst. Nur, wie gesagt, uns ist jetzt einfach die Luft ausgegangen. Wir haben kein Volumen mehr jetzt wirklich hier im Markt, wo uns jetzt Richtung 27.000, 26.000 US-Dollar bringt. Was eigentlich verwunderlich ist, weil wir haben in diesem Bereich überhaupt keine Liquidität mehr. Natürlich Elon Musk, beziehungsweise Tesla, hat seine Anteile verkauft, aber das ist ja jetzt auch schon wieder her. Er hat es ja nicht heute verkauft. Er hat es zum Quartalsende oder so, was ich jetzt gelesen habe, verkauft und es ist nur Tesla. Es ändert ja nichts. Im Endeffekt muss man sich auch im Klaren sein, Bitcoin soll ein Zahlungsmittel sein. Dann gibt es natürlich immer wieder auch Firmen, die ihre Bitcoin verkaufen, um liquide zu bleiben. Das ist einfach so gang und gäbe. Deswegen, es hat auch jetzt keine riesen Auswirkungen auf den Kurs mehr gehabt. Elon Musk sowieso nicht mehr die große Welle im Endeffekt, die jetzt hier Abverkäufe auslöst oder sonstiges. Aber trotzdem, ein bisschen ging es nach unten. Wir waren im Peak bei ungefähr 24.300, waren jetzt im Dump-Modus bei 22.600 US-Dollar. Aber was wird denn jetzt im Endeffekt interessant? Für mich ein großer Bereich, sage ich mal, ist dieser Bereich, der hier schon in grün dargestellt ist, wo ich mir eigentlich einen Retest erhoffe, beziehungsweise in dieser Zone hier. Ich sage mal so, ab 22.000 US-Dollar wäre so die Zone, wo ich sagen würde, okay, neue mögliche Long-Position mit einem Stop-Loss bei ungefähr 21.300 US-Dollar. Das wäre jetzt momentan die nächste Marke. Jetzt ziehen wir uns einfach nochmal das FIP dazu, ob wir hier zufälligerweise Confluence sehen. Das Golden Pocket würde erst im Bereich der 20.700 bis 21.000 US-Dollar vorzufinden sein. So, dann gehen wir in den 4-Stunden-Chart. Auch hier sehen wir, der 200er SMA befindet sich jetzt auch hier in diesem Bereich. Plus unser Abtrend, den wir hier unten noch haben, auch. Heißt momentan, meines Erachtens nach, wir haben nochmal die Möglichkeit, den letzten Push zu kriegen, so nach oben. Nochmal in den Bereich der 24.300 US-Dollar. Das würde ich auf jeden Fall nicht shorten. Für mich ist momentan kein Szenario drin, wo ich sagen würde, okay, ich shorte jetzt hier rein. Einfach aufgrund dessen, wir sind hier in der Zone, hier ist nichts. Wir haben hier ein dickes, fettes Void. Wir können hier theoretisch komplett nach oben ballern. Und dann hier einen Short-Entry zu finden, sage ich mal mit 24k Entry, dann kann man seinen Stop-Loss halt auch in den Bereich der 28.000 oder 29.000 legen. Und das ist einfach zu großes Risk. Deswegen hoffe ich eher so auf ein kleines Doppeltop, dass wir hier unten dann nochmal in diesen Bereich der 21.000, 22.000 US-Dollar wirklich reinkommen. Nochmal ein Retest in dieser Zone kriegen. In diesem Bereich wäre eigentlich lieber, bevor wir hier unten dann nochmal ins Golden Pocket gehen, aber die Möglichkeit bestünde, um uns dann hier in diesem Bereich wirklich einen neuen Bounce zu eröffnen und dann die 27.000 US-Dollar zu knacken. Warum 27.000 US-Dollar? Wir haben schon des Öfteren darüber gesprochen. Einerseits ist hier unser Void, wo wir hier im Endeffekt diesen krassen Abverkauf hatten. Andererseits, wenn wir uns jetzt das FIP-Level noch dazu nehmen, von unserem High zu unserem Dump sehen wir auch hier 26.300 bis ungefähr, ich sage jetzt mal 27.000 US-Dollar liegt das Golden Pocket der Aufwärtsbewegung. Ich vermute aber auch, dass wir das dann erstmal durchbrechen würden und wirklich hier in diesem Bereich der 27.000, 28.000 US-Dollar landen würden. Einfach aufgrund dessen, weil wir darüber auch noch im Void haben, da ist die Chance höher, dass wir sogar die 28.000 US-Dollar sehen könnten. Hierfür muss meines Erachtens trotzdem nochmal eine kleine Korrektur kommen. Wie gesagt, ich würde die jetzt auf keinen Fall shorten. Das Risiko, dass man hier absolut dann wrecked wird, ist einfach viel, viel zu hoch. Klar, wir haben einen RSI jetzt auf dem 4-Stunden-Charge, der schon deutlich mit Bearish Divergence überall ist und meines Erachtens nach wäre es einfach gesund, 21.000 bis 22.000 US-Dollar irgendwo in diesem Bereich, hier zumindest nochmal eine kleine Korrektur zu sehen, um dann einen neuen Anlauf in die 27k-Region zu starten. Die News an sich sind eigentlich relativ neutral. Wir haben heute Nachmittag um 14.45 Uhr die Pressekonferenz der EZB. Ist eigentlich auch eingepreist bis maximal 0,5 Basispunkte. Sollte wahrscheinlich auch kommen, 0,25 war davor, jetzt sind es 0,5 Basispunkte aufgrund Inflation etc. pp. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Deswegen denke ich mal, es wäre eine Möglichkeit, sollte EZB wirklich erhöhen, dass wir jetzt nochmal im Laufe des Tages nochmal hier hochkommen, dann runtergehen in diesen Bereich der 21.000, 22.000 US-Dollar irgendwo in diesem Bereich, dann im Bounce sehen und wirklich übers Wochenende vielleicht oder Anfang nächster Woche die 27k sehen. Heißt aber beides Achtens weiterhin nicht, dass wir hier wirklich schon das Bärenmarkt low rausgenommen haben. Also da immer noch ein bisschen vorsichtig sein, jetzt nicht überstürzt hier, sagen okay Bärenmarkt ist vorbei. Ich gehe immer noch davon aus, dass die 17.000 US-Dollar weiterhin drin sind. Schließe ich nicht aus, fließt auch alles mit in die Analyse mit ein, kurzfristig trotzdem. Kleine Korrektur, Rücksetzer und dann nochmal neuer Anlauf in Richtung 27k. Ja, so. Schauen wir uns Ethereum an. Im Endeffekt hier haben wir relativ das gleiche Spiel, hier haben wir aber schon den Unterschied. Ethereum hatte die letzten Tage ordentlich gepumpt, deutlich mehr als Bitcoin. Hier haben wir schon die Voids fast alle gefüllt. Wir hätten noch sogar ein bisschen höher kommen können auf 1.650, sind aber nur auf 1.635 gekommen. Aber auch hier wäre jetzt eine Korrektur einfach mal ein bisschen hinfällig. Das Szenario bleibt weiterhin hier unten, das lassen wir auch mal noch hier unten stehen. Ansonsten kurzer FIP-Überblick auch hier vom Low zum High. Sehen wir auch hier die 1.200 US-Dollar. Das ist die Marke, die ich momentan im Blick habe. Es würde einerseits diesen Retest bedeuten, also ich sage mal 1.250 bis 1.200 US-Dollar. Es würde einerseits diesen Retest, dieser Range hier unten bedeuten, plus das Golden Pocket und der 200. Der SMA liegt hier auch unten. Also ihr seht, die Confluence hier unten ist wirklich krass. Hier kann man dann wirklich überlegen, ob man sich dann wirklich long orientiert. Vielleicht nochmal den Bounce mitnimmt bis maximal, ich sage jetzt mal 1.700 US-Dollar. Und dann vielleicht wirklich dieses Primärszenario im Endeffekt eintritt und wir sagen, okay, wir gehen nochmal in den Tausender-Bereich. Gestern wurde ich auch schon gefragt von manchen in der Gruppe, meinst du oder was wären jetzt neue Nachkaufpunkte? Ich habe ein bisschen geschwunzelt, weil ich dachte, hey, wir waren jetzt schon seit einem Monat unten bei 1.000 K, das ist echt nicht böse gemeint und wieder hat keiner gekauft. Best Case, sage ich mal momentan, ist, dass wir wirklich nochmal die 1.000 US-Dollar sehen. Zweiter Nachkaufpunkt für mich persönlich wäre hier in diesem Bereich die 1.200 US-Dollar. Wäre wirklich der Bereich oder die 1.080 US-Dollar. Das sind die drei Bereiche, wo ich sage, okay, wenn wir da nochmal hinkommen, würde ich einfach selber persönlich nochmal kaufen. No financial advice, by the way. Aber das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, okay, hier kann man auf jeden Fall nochmal meines Erachtens nachkaufen. Wären gute Rejection Points, bevor wir da nochmal hochgehen. Aber trotzdem auch hier die 1.000 US-Dollar bleiben bei mir auf jeden Fall in der Karte. So, soviel dazu. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Büsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Ich werde dann morgen ausführlich das Altcoin-Video drehen. Von meiner Seite aus gibt es dann wenig noch zu sagen. Wie gesagt, heute Abend, 19 Uhr Livestream. Da können wir auch nochmal eure Altcoin-Büsche angehen. Wir schauen uns nochmal ganz kurz Ripple an. News-Technisch geht da ja einiges voran. Wir sind aber weiterhin hier in dieser Zone, wo ich sagen würde, okay, Ascending Triangle ist weiterhin im Play. Retest. Ich würde ungefähr bei 0,33 auf jeden Fall nochmal eine Long-Position probieren. Aufgrund des Up-Trends, aufgrund des 200 der SMA, der in dieser Region ist, plus Ascending Triangle. Also hier kommt eine Menge Confluence rein. Und dann könnten wir wirklich versuchen, hier wirklich dieses Breakout mitzunehmen. Auch hier nochmal ganz kurz FIP-Level vom Low zum High. Und dann sehen wir auch hier die Confluence schon wirklich sehr, sehr groß. Abtrend 200 der SMA und das Golden Pocket in dieser Region. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier einfach nochmal hingehen. So, jetzt aber kurz zu den News noch. Bitcoin und Hard Assets, sie werden bei steigender Inflation gewinnen. Bin ich absolut der Meinung. Ihr wahrscheinlich auch. Lest euch den Artikel gerne durch. Ich werde ihn uns später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten heute Abend, 19 Uhr. Wer Bock hat auf Livestream, gerne zuschauen. Freue ich mich auf jeden Fall darauf. Also nochmal vielen, vielen Dank für das eine Jahr Unterstützung. Hoffen wir vielleicht auf nächstes Jahr 10.000 Follower. Bis nächstes Jahr. Schauen wir einfach mal. Wäre so mein Wunsch. Aber gut. Schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, bis heute Abend. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Stay Crypto. Und lasst dem Video ein Like da und abonniert den Kanal.